Hallo! Heute schauen wir uns an, wie wir uns ganz einfach in der Living Well Plus App registrieren können. Wenn wir die App noch nicht benutzt haben, müssen wir hier auf Registrieren klicken. Danach sehen wir einen Bildschirm mit Zugangsinformationen und hier klicken wir natürlich auf Weiter. Für die Registrierung in der App ist Ihre Telefonnummer erforderlich. Es ist ganz wichtig, hier Ihre richtige Handynummer anzugeben, weil Sie gleich per SMS an diese Nummer einen Bestätigungscode bekommen werden. Die Datenschutzerklärung und Geschäftsbedingungen müssen akzeptiert werden. Danach drücken wir auf Weiter. An dieser Stelle sollte der Bestätigungscode per SMS ankommen. Bei manchen Handys werden Sie den Code sofort hier sehen und übernehmen können, so wie ich. Aber manchmal ist es notwendig, aus der App rauszugehen und in Ihre SMS-Nachrichten zu gehen, um den Code dort zu finden und ihn von dort erst in die App zu übernehmen. So, jetzt gehen wir weiter. Die App fragt nach unserem Versicherer. Diesen müssen wir wählen und gleich unsere Versichertennummer auch eingeben, damit der Prozess der Kostenübernahme automatisch mit der Krankenkasse ablaufen kann. Auf diesem Bildschirm müssen wir unsere Daten eingeben. Diese Daten sind geschützt und dienen ausschließlich der Versicherungsautorisierung. Deswegen ist es so wichtig, richtige Daten anzugeben, weil ansonsten der Zugang wieder entzogen werden kann, wenn die Krankenkasse die Daten überprüft und etwas nicht stimmt. Und hier am Ende natürlich die Teilnahmeerklärung ankreuzen, um weiterkommen zu können. Juhu, wir haben es geschafft! Die Registrierung war erfolgreich und wir können die App ab heute nutzen. Bis bald! 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 Vielen Dank.